Ach ja, immer diese Grinsekatze. Wobei, wenn ich mir den anhöre, eher der Grinsekater. Und lang zu fressen hat der wohl auch schon nichts mehr gehabt. Und... Naja... Ähm... Ja, dann springen wir mal hier oben lang. Und hopp! Naja, aber... Was ist aus unserem schönen Wunderland geworden? Wenn ich noch überlege, so der erste Besuch hier... Alles schön! War... Es war grün. Die Flüsse waren noch nicht blutig. Nirgendwo lag Schleim rum. Und ab! Dann wahrscheinlich hier hoch. Korrekt! Na, na... Na, na... So... Nutze die T-Kanone, um die Wand aus der Ferne zu zerstören. Aber erstmal nehmen wir die Flasche mit. Okay, schlecht gezielt. Ach, getroffen. Aber zuvor springen wir einmal hier rüber. Gucken, ob es hier noch etwas gibt, was von Interesse wäre. Scheint nicht so. Gibt es hier echt nur... Nein, da oben gibt es eine Flasche. Hätte mich auch gewundert, wenn es nur ein paar Zähne wäre. Das Zahnrad ist schön gemacht. So mit Schnörkeln. Passend zum Thema Tod und Zerstörung im Wunderland. Uhhh. Aha. Du bist schon da. Du bist schon da. Hm. Hutmacher. Ah. Hm. Hutmacher. Au. So, da oben ist noch eine. Au. Ne, die interessiert das nicht. Okay. Also nur hat man bestimmte Menge an Pfefferkörnern, beschwert er sich. Und Rückhand. Ne, doch keine Rückhand. Ach ja. Aber, ja, ich komme langsam immer besser voran. Hopp. Hopp. Der Bahnhof. Hier sind wir. Hier sind wir. Oh. Die alte Bahnstation. Das ist also aus unserem Wunderland hier passiert. Wer dafür auch verantwortlich ist, er wird büßen. Okay. Mit der T-Kanone zielen muss ich noch büßen. Ach. Mann, Mann. Also das tut einem ja schon irgendwie weh, wenn man das dann so sehen muss. Öff. Nee, schön. Die Wutmacher-Fuck-Manüfaktur. Na, Püppi? Es kommt mir vor, als wär's erst gestern gewesen, als wir dem Märzhasen begegnen. Als wir die Manufaktur in die Luft, äh, mehr oder weniger in die Luft gejagt haben. Als wir den Hutmacher z... Oh! Ich quatsche zu viel, glaub ich. Ach ja. Das tut einem ja echt schon ein bisschen weh, wenn man das Wunderland dann so sehen muss. Irgendwie glaub ich's nicht und ich... Ja... Puh... Irgendwie glaub ich's nicht und ich erwarte es auch gar nicht, aber... Da hofft man ja echt schon fast, dass es bald zu Ende ist. Okay, also da geht's in den Tod. Und hier geht's zu einer Erinnerung. Also gehen wir erstmal hier oben lang. Und zielen. Treffer! Und hopp. 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 So. Ja, wenn man schon mal hier hochkommt. Nicht wahr? Ich weiß. Andere Seite. Ach, da ist ein Pilz. Ich hab eine Zigarette geraucht, Alice. Das war kein Spaß. Wird mal Tonpfeife probieren. Ach. Was ist das denn für eine Schwester? Bitte. Weil... Warum... Warum will sie so unbedingt rauchen? Zigarette probiert? Schmeckt nicht. Also nehme ich das nächste. Na... Katze. Wir sind schuld. Los, Qualle. Wir sind schuld. 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 Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Sonst mampft er mich wieder. Mann. Könnt ihr Klein mich nicht einfach mal in Ruhe lassen? Euch braucht eh keiner. Wir nerven uns. Und, 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 und. Mann, du hältst aber auch verdammt viel aus. Und, jetzt aber jetzt. Los! Lass den Kopf doch nicht so hängen. Oh, 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 das hätt ich nicht sagen sollen. Ha! Da mit King Goliath. Hatschoo! Gibt aber auch kein Laut von sich in die Schnauze. Ja, also ohne diese Schrumpfffeilchen wäre man echt aufgeschmissen bei einigen Schnauzen. Wenn ihr dann auch keinen Ton von sich gebt. Gleiten! Oh! Geht also auch nicht unendlich lang. Gut zu wissen! Das ist gefährlich, wenn er dann denkt, ja komm, gleitest einfach mal rüber und dann, ne. Darfst du nicht, weil so lang kannst du nicht gleiten. Und das hier aber... Es geht nicht um dich, Alice. Sieh nur all die Zerstörung rings um dich. Bedenke ihre Ursache. Dann schließ dich mir an. Ja, wenn wir wüssten, warum das ist. Dann bräuchten wir nichts zu dir. Du verwechselst gerade Grund und Folge. Die Schnauze! Raupe! Meine, wir kommen nicht zur weisen Raupe, damit die uns erzählt... Warum? Oder nee... Was auch immer die uns erzählen will. Sondern wir wollen ja wissen, warum. Schöner Vergleich. Danke. Vor allem kommt es auch, glaube ich, darauf an, wie stark verbrannt, oder? So. Ich könnte jetzt hier die Herzkönigin sein. Kopf ab! Ach ja. Sonst noch irgendwas hier? Nein. Naja. Hier geht's nur tief bergab. Oh. Naja. So, Raupe, kläre uns auf. Ich glaube, da hinten ist die Raupe. Wie schafft ihr das? Alles andere kaputt? Kennst du die Redensart, das Rauchen rechtes Wachstum hemmt? Erwachsene ermahnen ernsthaft ihre Kinder damit. Meist mit einer Meerschaumpfeife im Mundwinkel. Du musst nicht inhalieren. Lass dich vom Rauch einhüllen. Oh. Der Kopf.